Sparen ist... ähm... Speichern wohl. Du wirst angegriffen. Ja wo denn? Wo der da? Ui! Alles klar. So dann... bitte hier. Kämpfen Jungs! So richtig scheint das noch nicht zu funktionieren. Ich habe oft Kämpfen gemacht. Und die... Einige Arten von Arbeit sind verboten. Wat? Hä? Ich muss mir nochmal... Entschuldigung, ich muss mir das nochmal... Irgendwie durchlesen. Was ist das denn? Leute, ich habe irgendwie so... Einstellung der Aufgaben Prioritäten. Ähm... Fertige Waffen? Ja klar. Bauen... Ist mir eigentlich jetzt Schiete. Ihr sollt vielleicht hier mal kämpfen? Ach jetzt... Äh... Höre ich an gerade wenn hier... Ja geil. Ihr seid ein bisschen spät. Nur zur Info. Ne? Unser Haustier regelt hier wieder. So danke. Wieso ist das eigentlich rot da hinten? Ja welche denn? Hier bitte. Da unten kannst du ruhig rum wenn es hell wäre. Verhungerst ja eh. Essen haben wir noch. Geschütztürme werden gebaut. Alles klar. Wie sieht es hier unten aus? Hat sich hier aber da etwas dran geändert, dass wir hier... Das jedes mal... Anklicken müssen. Ich habe glaube ich nur 4 schneiden. Keine Schere. Ja ist mir klar. Was passiert eigentlich wenn ich die töte? Mechanische Trainingsbrücke. Mechanische Trainingsbrücke. Okay hier ist die Mechanische Trainingsbrücke. Da ist das Lager. Was hast du eigentlich gemacht? Ach du bist der Mana Generator. Genau. Und hier sieht es eigentlich auch nicht so prickelnd aus. Da unten. Wer macht das? Alles klar. Leute! Rohrwinde! Nerf! Der Baum nervt aber auch da. Wie oft will denn da eher noch wachsen? Dann lass ich ihn jetzt halten, ha? Jetzt wurde unsere Bude zu Ende Hab ich nicht noch so einen komischen Was ist das denn? Gehirn in einem Gefäß Ja, das brauchen wir jetzt nicht Gehirn in einem Gefäß Da Toten Können wir eigentlich auch bauen Können wir das Toten nicht hier hinsetzen? Achso, da kann es gebaut werden Okay, setz das mal da hin Da können wir da mal die Betten hin Auf jeden Fall noch ein paar Betten hinsetzen Fertig So Ne, das bequeme Bett wollen wir nicht Wir wollen das Luxusbett Kommen halt da hin Weg machen Töten Töten Und weg machen Viecher geschoren Ja, werden geschoren Dann halt hier noch einmal Schneiden Schneiden Und schneiden Die vierte hat er nämlich dort Die werden die Eier legen Und dann passt das nämlich schon So Während die da rum Vorwerken Müssen wir hier mal gucken Was hier noch Sache ist Hier ist ja alles noch nicht Erforscht Nenne ich es jetzt mal Kommt der da hin? Ja, der kommt da hin Das könnt ihr alles mal Das brauchen wir später auch Einsammeln Und das Schaf können wir auch mal töten Und hier bitte weitergehen Nur weil ich da jetzt Angriff gesagt habe Kommen sie wieder alle von überall her angerannt Schaf ist tot Spinnenweben werden gesammelt Da haben wir Gold Alles klar Dann schauen wir hier nochmal nach der Ausrüstung Hier, ihn würde ich eigentlich behalten Wir gehen mal nach den letzten So Was haben wir hier eigentlich Überall für Ausrüstung Was haben wir eigentlich? 24 Das ist eigentlich alles Pille Palle Das ist ja Pille Palle Was ist mit Fertigen in der Ausrüstung? Was ist er denn hier? Ein Goldschild Ich sehe eigentlich nicht Gibt es hier eigentlich noch irgendwas Was wir hier Ja, aber die Goldstiefel Wenn wir nämlich jetzt mal hier schauen Ausrüsten Ah, die hat 12 Als Beispiel Haben wir irgendeinen mit Gold? Der hat noch eine Lederrüstung an Wir haben ja auch nichts anderes So, dann Du wirst jetzt hier Du wirst jetzt ein Gold Putzel Haben wir nicht Achso, müssen wir wieder so machen Okay Leder Bist du Leder? Ja Machen wir das mal so Und Kriegst du auch noch Goldschuhe Ah ne, das war ja zweimal Goldschuhe Du kriegst hier Oh Goldbarren Aber das macht ja nichts Das machen wir jetzt mal so Zack Stellen wir denn noch genügend Goldbarren her Stellen wir überhaupt welche her Plupp Achso, wir hatten keine Kohle Im wahrsten Sinne des Wortes Da ist Kohle Das ist glaube ich Silber So Hier können wir ja mal Vorderen Blöcke ersetzen Ah Vorderen Blöcke ersetzen Ja Das macht ja nichts Ich glaube da kommen die aber Mal gucken ob das geht Wenn das Ding da drauf steht So Den Baum machst du wieder weg Und das machst du wieder weg Und das Und das Der ist schon kaputt Er baut noch die Manaflaschen Braucht unheimlich lang Ne Ah Es geht vorher auch Okay Dann können wir hier mal Den Stein auch mal herstellen Hier müssen wir gucken Wand Haltbarkeit Okay Stein Wasser Sand Machst du halt mal 21 Achso Das macht der so Okay Alles klar Na gut Dann weiß ich Bescheid Das macht ja nichts Das kann er ja machen Er stellt die Goldrüstung her Sehr schön Seht ihr schon nackig Da unten Ne Der hat noch zu tun Da unten ist Oh Guck mal hier Der ganze Kram Muss eigentlich Pass mal auf So Jetzt drei Mana gekostet Aber Könnt es ja mal Bis die das nämlich wegschaffen Die Knalltüten Kann ich eigentlich Warte mal Fertigen Ähm Wo ist denn die Maschinerie Mit dem Mana Das ist die Tesla Sprü Da haben wir nämlich Jetzt kein Gold Das macht nix Ähm Mana Maschinerie Ja Ich hab schon lange Nicht mehr gemacht Wir haben hier Trainingspuppe Das ist die Magia Kug Sollten wir die eigentlich Nicht in Auftrag geben Haben wir die nicht In Auftrag gegeben Sieht nicht so aus Ne Warte mal Was ist denn das Ein Schießstand Den brauchen wir jetzt nicht Das haben wir Das haben wir Werkstatt haben wir Aufzug Den haben wir sowieso Lager haben wir auch Das ist da unten Hä Ist das hier Wer ist er denn hier überhaupt Ein Taucherhelm Brauchen wir nicht Mehr Spielerspiele Brauchen wir auch nicht Hier sehen wir das Haben auch keine Silberrüstung mehr Unsere Kleinen sind halt auch Nicht gut ausgestattet Muss man jetzt auch mal sagen Große Kochstelle Lagerfeuer zum Kochen Wusste ich nicht Dass da auch die Kohle gemacht wird Und das hier eigentlich Ein Bücherregal Da brauchen wir jetzt nicht Wird der eigentlich benutzt Ich weiß es jetzt gar nicht Dass der benutzt wird Oh Buch Buch des Holzfällers Alles klar Weg machen bitte Weg machen Weg machen Shop gucken Wir haben 25 Ja die Hölle Was gibt es hier eigentlich Schönes Das Schild kostet 35 Oder gab es den Mana Generator Neu hier Ich glaube den haben wir hier mal Gekauft Ne Ja Machen wir Brauchen wir jetzt nicht Da sind Bären Das ist sehr gut Alles klar Das bitte weg machen Sonst stört das nur Mach ich wieder einen Gard Kommst wieder von überall gerannt Ne Wer macht die Kohle Er macht Kohle Er macht Gold Wer macht das Stein Die sammelt die Sachen ein Das ist ein Lager hier Übrigens Das da Das sammelt ihr mir auch ein Hier geht es weiter Hier geht es weiter Auch ein Sammeln So ist der Ist der Weg hier Wo denn Ach Gott Das ist ein Nachteil Am Bogenschutz Die müssen erstmal wegrennen Bevor sie schießen können Jetzt fängt das wieder an Zu schneien Guck mal wie viel Holz Da durch die Gegend fliegt Und hier bitte die Bude wieder aufräumen Mann 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 Okay Hier sind wir weiter Hier kommt nix Oder Okay Hier bräuchten wir noch Ein bisschen Licht Hier bitte weitermachen Und Mal zwei Fackeln Hinstellen bitte Was ist das eigentlich da Ach toll Das war es ja wieder Was war das eben Mein Gott Oh Blöcke Haben die da gehungen Auch geil Das Essen wird knapp Das Essen wird knapp Eier 20 Eier Brot Brauchen wir Brot eigentlich Experten Kochbuch Fleisch Blätter Okay Auch mal welche Können wir hier welche Sehr schön Können wir auch welche machen Das ist das schon Grillfleisch Dann brauchen wir das Öl zu So wird natürlich die Kochstelle benutzt Zum Holzkohle machen Achso Okay Guck mal wie schnell Unser Koch ist Not bad Was trägt er durch die Gegend Oh der ist Wasser Ja der holt es Wasser Es bleibt aber kein Wasser mehr drin Leute Das heißt Ein bisschen von dem Da kommen sie interessanterweise Jetzt wo das Wasser Nicht kommen sie unten hin Sonst hat das nämlich Nicht funktioniert Okay Hier wird gebaut Haben wir noch 5 Können wir gleich da weiter machen Und dann das auch Na wie gesagt Das zählt erst wenn es im Lager ist Wenn das unten rumliegt Zählt es nicht Ist duster hier Leute Warum helft ihr dem denn nicht Danke Pfeile werden gebaut Das passt Er machts Essen Passt auch Du wirst angegriffen Wahrscheinlich wieder von irgendeinem Käfer Ach hier unten So eine komische Spinne Das schaffst du allein Alter Der sieht ja wieder Was ist denn das Es ist ein Nahkampfding Kannst du trainieren Huch Komm mal her Du bist doch so ein Nahkampf Putzi Zwerg Trainieren Keine Kampffertigkeit Wieso keine Kampffertigkeit Ausrüsten Koch Okay Was haben wir denn für Bücher Kletterer Jäger Müller Magier Buch des Kriegers Wo ist Kollege Da ist er jetzt Ist er das Trainieren Also passt doch Der geht doch jetzt wohl Zu diesem Stand Danke Genau Macht er Sehr schön Bist du Keine Kampffertigkeit Okay Wir haben nicht viele Krieger Bist du Magier Der Magier Da Guckt Komm mal her Willst du das Trainieren Keine Kampffertigkeit Okay Jetzt hier Zwerg auswählen Ausrüsten Der ist ein Müller Und Müller brauchen wir Wir brauchen nämlich hier auch Buch des Jägers Müllers Magier Nutzen Nutzen So Halt Alter Trainieren Kein Ort zum Trainieren Okay Das wisst ihr ja Okay Also Jäger Hammer Äh Quatsch Krieger Hammer Wie lang macht er das eigentlich So ich will eigentlich jetzt hier wissen Hier unser Kerl der nur Leder hat Du bist Ein Bogenschütze Kannst du nur noch ein Bogenschützending machen Bist Hast Haben wir jetzt eigentlich unser Goldgelumpse Goldstiefel Gold Rüstung Jetzt geht es hier aber vorwärts Ne Jetzt geht es hier vorwärts So wir haben eigentlich noch jemanden der Bis zum nächsten С谢谢 Bis zum nächsten 一點 Bis zum nächsten Bis zum nächsten Nummer �